Jo Freunde, frohe Ostern nochmal und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde heute wieder, so wie jeden Morgen, auf den neuen Fortnite-Shop reagieren. Der kommt nämlich schon in wenigen Sekunden raus. Außerdem könnt ihr gerne meinen Creator-Code Snoxy ertragen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dafür, dass ich hier jede Nacht aufstehe und euch den neuen Shop zeige. Ich habe auch gerade schon schön drei Stunden geschlafen, bis dann der Wecker geklingelt hat. Aber ich stehe natürlich trotzdem auf, um euch hier dieses Video zu machen. Also, ja, wenn ihr mich dafür supporten wollt, tragt gerne den Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop ein. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, was heute so Neues in den Shop reinkommt. Ich bin gespannt. Let's go. Und. Oh, es gibt was Neues. Oh, eine neue Lackierung. Die ist sogar animiert. Nice. Die könnte echt cool ausschauen. Und dann noch ein neuer Gleiter dazu. Sehr, sehr nice. Aktuell hier fast jeden Tag was Neues. Das gefällt mir doch. Wenn ich sagen, starten wir direkt mal hier mit dem Sanctum-Skin. Da muss ich sagen, finde ich eigentlich nur den Backpack cool. Also diesen Umhang, den Skin feiere ich persönlich jetzt nicht so. Dazu gibt es noch die Mondaufgangshacke. Mit diesem Sound und so ein paar Nebel-Rauch-Effekten hier. Dann haben wir im zweiten Slot die Dämonika drin. Die sind ziemlich geilen Flügeln, die so leicht brennen. Schaut wirklich ziemlich cool aus. Ich glaube, alleine wegen den Flügeln hier kann man sich den Skin auf jeden Fall holen. Dazu gibt es noch die Hacke, nämlich die heiße Hacke für 1200 V-Bucks. So eine Gitarre. Ich finde, sie schaut ein bisschen merkwürdig aus. Aber auf jeden Fall hier mit diesem Feuer schaut trotzdem nicht ganz fresh aus. Kommen wir schon zum neuen Item heute. Zum Highlight. Nämlich einer neuen Lackierung. Sie heißt Hitze und kostet 500 V-Bucks. Und hier steht auch, dass sie animiert ist. Also schauen wir uns die mal an. Oh. Oh. Ja, die schaut auf jeden Fall cool aus. Ah, das bewegt sich so ein bisschen hier, dieses Feuer, ne? Als wäre das Metall irgendwie so erhitzt. Das schaut schon ziemlich cool aus. Oh. Ja. Ja, das gefällt mir. Und der Pumpgriff ist komplett heiß hier, wenn man da anfasst. Oh, die Sniper schaut auch sick aus. Das gefällt mir also. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Hier direkt mal kaufen. Wenn euch das Ganze auch gefällt, ich werde heute auch wieder 1000 V-Bucks an meine Abonnenten verschenken. Das heißt, wenn ihr heute 1000 V-Bucks braucht, um euch zum Beispiel halt die neue Lackierung und zum Beispiel auch die neue Gleiter oder irgendwas anderes zu holen. Alles, was ihr tun müsst, um die V-Bucks zu bekommen, ist einfach nur diesen Kanal hier zu abonnieren. Also kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Dann dem Video hier einen Daumen nach oben geben, also ein Like da lassen und ein Hashtag Ostern heute nochmal in die Kommentare schreiben. Heute ist ja Ostermontag, quasi so der letzte richtige Osterfeiertag. Deswegen, wenn ihr heute 1000 V-Bucks haben wollt, abonnieren, Daumen nach oben geben und ein Hashtag Ostern unten in die Kommentare schreiben. Machen wir weiter auf der rechten Seite mit dem Archetype. Ich muss sagen, ich finde die Farben ziemlich cool, diese verschiedenen matten Grautöne schauen ziemlich cool aus. Dann haben wir noch den Wackenemote drin. Oh ja, der schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus, hat eine coole Musik. Vor allen Dingen mit so ein bisschen dünneren Skin schaut er nochmal deutlich besser aus. Und dann haben wir noch das zweite Highlight drin, nämlich den neuen Gleiter Globetrotter. Schauen wir uns das direkt mal an. Kam irgendwie keinen Sound. Ah. Irgendwie scheint er ein bisschen verbuggt zu sein, der Sound aktuell. Ich spiel's nochmal ab. So ein Vogelzwitschern hört sich eigentlich ganz nice an. Ist mal was anderes. Und vom Außen her so eine Landkarte oben drauf. Schaut eigentlich ganz cool aus. Für den Preis auf jeden Fall in Ordnung. Den werde ich mir auch direkt mal hier holen. Wie gesagt, falls ihr auch ein paar V-Bucks braucht, ich verschenke heute 1000 V-Bucks an all meinen Abonnenten. Also wenn ihr die V-Bucks haben wollt, einfach nur ein Abo da lassen. Also kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Dem Video hier einen Daumen nach oben geben und nochmal ein Hashtag Ostern in die Kommentare schreiben. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann heute 1000 V-Bucks kostenlos bekommen. Machen wir weiter mit der Quietsche-Hacke für 1500 V-Bucks. Mit diesem Quietsch-Sound. Ich finde ihn ziemlich cool. Ich weiß, manche finden ihn eher nervig. Dann würde ich mir die Hacke nicht kaufen. Aber wenn ihr den Sound feiert, dann ja auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Hacke. Dann noch die Dschungelspielerin. Für mich auch so ein kleiner Schwitzer-Skin. Und im letzten Slot dann den Shaolin Sit-Up. Das muss halt echt auf die Beine gehen, wenn man die ganze Zeit nur noch so da sitzt. Aber ja, für 200 V-Bucks ist okay vom Preis her. Aber es ist auch kein Demote, den ich so häufig verwenden würde. Also vielleicht, wenn man einen passenden Skin hat, dann könnte er ganz cool sein. Und jo, das war's dann für uns zum heutigen von der Shop. Wie gesagt, falls ihr mich supporten wollt, dafür, dass ich hier jeder aufstehe, tragt gerne Snogsy als Creator ein. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann wünsche ich euch einen spannenden Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!